Musik Beim FCB hat man die Qual der Wahl. Ob Streller, Stocker, Scher oder Frey, alle stehen sie heute in der Startformation. Für Murat Jakin ist es schon eine edle Situation, Leute wie Dias, Elneni oder Sio auf der Bank zu haben. Der letzte Sion-Sieg in Basel datiert vom 2. August 1997. Ein halbes Fussballerleben ist seither verstrichen. Wir steigen mit einem Bidosic-Freistoß in diese Partie. Scher klärt noch bis zu Rüffli. Ein Tohuwabohu im FCB-Strafraum. Wangczak drückt den Ball zum 0 zu 1 über die Linie. Wird die Geschichte neu geschrieben? Die Gäste legen bereits in der zweiten Minute vor. Was aber nur, war mit der Basler Abwehr los? Sommer wird vom abgelenkten Schuss überrascht. Und dann will Scher das Leder aus der Gefahrenzone befördern. Und wird vom eigenen Torhüter behindert. Die Siedener nehmen das Geschenk dankend an. Vier Tore hat Sion bisher in dieser Saison erst geschossen. Die Hälfte davon geht auf sein Konto. Auf das Konto des Verteidigers Wilmos Wandschak. Sieher Trainer Michel de Castell. Jawohl, in diese Richtung muss es gehen. Oder halt, doch in die andere Richtung. Christian Constantin, Präsident und Schattentrainer. Der FC Basel muss wieder einmal einen Rückstand wettmachen. Zuletzt war das meist so. Ivanov mit toller Spielverlagerung. Salah, Mohamed Salah tänzelt an Pamudu vorbei. Aber Andris Wanins macht mal auf FCB Spielverderber. Salah, der Ägypter, erneut sehr auffällig. Und das Heimteam überzeugt auch in der Folge mit gekonnten Ballstaffetten. Salah, Foser rechts total frei. Salah übersieht seinen Teamkollegen und entschuldigt sich sofort. Der FCB bestimmt die Partie. Sion verteidigt aber geschickt. Zwingende Möglichkeiten gibt es darum eher selten. Foser für Matthias Delgado. Delgado deutlich drüber. Der Spielmacher einmal mehr mit Licht und Schatten. Murat Jakin stützt seine Nummer 10. Aber die nächste Aktion wird auch ihm nicht gefallen. Delgado. Ein katastrophaler Fehlpass. Was macht Christoffel mit diesem Geschenk? Er macht nichts draus. Sion hat wenige, aber durchaus hochkarätige Chancen. 30 Minuten im St. Jakob Park. Absolviert. Kurz vor der Pause noch ein Freistoss von Valentin Stocker. Ungefährlich. Ein zweites Mal bezwingen. 0 zu 1 nach 45 Minuten. Ab in die Kabine. Christian Constantin mit Stechschritt unterwegs in die Katakombe. Was lässt sich der FC Basel nach dem Seitenwechsel einfallen? Es muss mehr kommen. Es muss mehr kommen. Stocker. Dann frei. Noch einmal Stocker. Belagerungszustände vor dem Siergehäuse. Salah. Streller. Alle versuchen sich. Wow. Was für ein Auftakt in die zweite Halbzeit. Wannins. Fels in der Brandung. Eckball Nummer 6 für Rot-Blau. Streller. Wannins. Überragend. Der FCB setzt nach. Kann aber das Glück noch nicht auf seine Seite ziehen. Basel macht enorm Tempo. Mitten in die Sturm-und-Drang-Phase des Heimteams. Dieser Angriff mit Vitosic. Vitosic. Fasten. Was für ein Spiel. Beste Fussballunterhaltung. Eine gute Partie wird noch besser. Die Intensität nimmt deutlich zu. Delgado. Stocker. Valentin Stocker. Ja, spinnt der. Was für ein Tor. Fantastisch. Von diesem Moment wird man noch lange reden. Ein Gigatreffer. Die Entstehung. Und der Abschluss schlicht genial. 26.200 Zuschauer werden von den Sitzen gerissen. Darum lieben wir Fussball. Und ganz sachlich. 1 zu 1 nach 55 Minuten. Die tapferen Gäste bekommen jetzt die geballte Ladung FCB zu spüren. Streller schickt Mohamed Salah. Perrier versucht noch zu stören, aber Salah ist nicht mehr aufzuhalten. Der FC Basel hat die Partie in der 65. Minute gedreht. Der wirbelige Ägypter besteht auch die Offside-Kontrolle. Alles korrekt. Sehr gut erkannt vom Schiedsrichter-Assistenten. Neues Resultat. Basel 2. Sieher 1. Dann erhält die Partie des Meisters einen Dämpfer. Innenverteidiger Fabian Scheer wird verletzt, abtransportiert. Der junge Nationalspieler hat sich ohne gegnerische Einwirkung wehgetan. Eine Diagnose steht derzeit noch aus. Aber der FCB hat nach wie vor alles im Griff. Streller kommt in der Schlussphase zu mehreren Möglichkeiten. Ein weiteres Tor gelingt dem FCB aber nicht. Finster der Blick bei Sion-Präsident Konstante. Läuft die Zeit von De Castel heute ab. Bamodou. Asifua. Das 2 zu 2 aus dem Nichts in der 87. Minute schlägt der FC Sion unverhofft zurück. Die Gäste entführen in einem verrückten Spiel tatsächlich einen Punkt aus dem St. Jakob Park. Ein wichtiger Punktgewinn für Michel de Castel. Beim FCB trauert man aber den verpassten Chancen nach. Ja, so ist es halt. Ich glaube, es hat alles nach den drei Punkten für uns ausgesehen. Nach dem 2 zu 1 haben wir sicher auch die Spieldiktaten extrem gut in der Hand gehabt. Es sind eigentlich gar keine Chancen gehabt. Ja, wir haben die Chancen nicht gemacht und dann bekommt man sie halt. Basel-Sion 2 zu 2. Ein Spiel, das viel zu reden gibt. Wir haben die Zeit un 새� cheapens Energie. Ich bin eben begut.